Here we go again, my friends, here we go again Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll Ich wollte heute eigentlich was ganz anderes streamen Ich wollte eigentlich gestern schon streamen Aber gestern ist richtig, richtig viel dazwischen gekommen Und zwar Habe ich meine Reifen gewechselt Und das hat mich, sage und schreibe, drei Stunden gedauert Weil die hinteren Reifen so festgesetzt waren Dass ich mich kaputt gemacht habe Und damit fing das ganze Spektakelchen schon an irgendwie Keine Ahnung Hä, warum habe ich hier keinen? Ah, da ist sie doch Ja, damit fing Spektakelchen schon an Ja, und Ja, habe gemacht, getan, hast nicht gesehen Auch alles total lustig Und ja, leider Gottes ist es dann Teil in die Hose gegangen Deswegen habe ich gestern auch kein Stream angefangen Und mir habe ich die Arme bis zum Untergrund gehangen So ungefähr Und Das muss da nicht sein Also Kohle und so weiter können wir einsammeln Und die gelben Items brauchen wir nicht unbedingt einsammeln Ich brauche mehr Zeit Ich brauche mehr Zeit, Mutti Oh, die gelben gucken auf jeden Fall alle Ja, und heute wollte ich eigentlich was ganz, ganz anderes streamen Heute wollte ich eigentlich Planet Coaster streamen Weil ich was günstig geschossen habe Und wie immer über Kinguin gekauft Auch mit meinen Link und so weiter und so weiter Mit den ganzen Prozenten Ja Und die Bestellung kann nicht abgeschlossen werden Ich habe eine Paypal-Ordung bekommen Paypal sagt auch, ja, wir haben bezahlt Ähm Aber Kinguin sagt, die Zahlung ist doch ausstehend Und da fängt das ganze Spektakel schon an Das ist total kurios irgendwie Keine Ahnung Ja, jetzt habe ich Kinguin angeschrieben Ich hoffe, dass die heute noch bearbeiten Wenn nicht, haben wir nämlich ein kleines Problemchen, sag ich mal Hui, kugeln Äh, und dann hatte ich das mit Planet Coaster heute erstmal erledigt Wie gesagt, geplant war es Aber leider machen du da nix Außer gucken in die Röhre Wow Hier kommt euer Tod Jetzt einfach mal noch ein bisschen gucken hier Ein bisschen ein auf Diablo Changen und das nicht gesehen Gucken wir einfach mal Hört mich ja total auf, ne, das Ganze Nie Probleme mit Kinguin gehabt Und ausgerechnet dann Immer wenn du dir was holen kannst Und dich auch freust Ein günstiges Game geschossen zu haben Kommen le Probleme, ey Da dreht mich so auf Egal, machen wir noch ein paar von diesen tollen Portalen hier Noch ein bisschen Rumrennerei Probieren sie das jetzt mal allein ein bisschen durch Mal gucken, wer heute noch der Zustoß Wenn sich da was ergibt Ich habe das Handy parat liegen Werd dann immer mal auf die E-Mails gucken Wenn sich das klärt Hauen wir heute noch Rollercoaster oder Planetcoaster raus Und sollte sich nichts klären Dann Prost Mahlzeit Ich hoffe nur, dass die Antwort nicht so lange dauert Wie beim letzten Mal Ich habe diesmal extra den deutschen Support gewendet Auch mit Foto und so weiter Dass die ja nicht sagen können Ja, ja, komm, laber keinen Scheiß Und so weiter Habe ich irgendwie blind Oder meine ich das nur? Wo geht es denn hier weiter? Ach, da unten Eine perfekte Attack Jo, fress mein scheiß Wirbel El Piranha Move Die Geister leiten mich Mutti Okay, das war mal wieder eine Sackgasse hier Allein ist es doch ein bisschen was anderes Auch ziemlich langweilig Irgendwie, keine Ahnung Euer Untergang ist besiedelt Die Geister holen euch Mutti Wow, von allen Richtungen Yeah, komm, hier auch noch Boah, alter Vater Ihr stirbt Ich weiß gar keinen Überblick mehr Wo du gerade bist hier Flup, 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 flup Wow Oh, jetzt schleht sich an mir vorbei Moin, moin Grüß dich Bin ein bisschen verärgert ehrlich gesagt Also ich wollte heute eigentlich was ganz anderes streamen Ich wollte gestern eigentlich was streamen Aber wie gesagt Kam halt einiges dazwischen Dann endlich meine Autoreifen dann doch gewechselt Und Boah, das hat Ewigkeiten gedauert Naja, egal Auf jeden Fall Ich habe mir Planet Coaster geholt Ganz normal bei Kingo eben Wie ich es sonst auch immer mache Und Ähm Der war aber kräftig in den Arsch getreten Und zwar Ja, sagt Paypal mir Die Kohle ist rüben Und Ja, Kingoins sagt aber Ne, ne Also wir haben nichts bekommen Weißen Jetzt ist es noch irgendwie Bezahlung ausstehen Ich habe gerade eben Wie gesagt Support angeschrieben Warte noch ein bisschen drauf Gerade auf eine Antwort Jetzt hätte ich heute Planet Coaster gespielt Ich kriege mich total auf Das ist total traurig Irgendwie Ich habe mich so drauf gefreut Oh, die Kugel auf jeden Fall nicht Da ist er noch Ich brauche mehr Zeit Cool, der ist schon tot Irgendein lilan ist Alter, das ist ein Blutsplitter Ja, meinet Will ich auf jeden Fall noch nicht abschließen Ich werde auf jeden Fall Nochmal einen anderen Blutsplitter ausgeben So Und natürlich auch Den Monsieur Wo ist er denn? Monsieur Schmied Schmied hier Nochmal aussuchen Zack So Und das Buch Krass Dann haue ich doch lieber das hier rein Einiges zusammenbekommen So Blutsplitter wollte ich ausgeben Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Kal- La-la-la-la-la Kaldala Oder wie sie heißt Hä? Kaldala Hier So Rüstungsgegenstände Wir bräuchten auf jeden Fall noch Kopfbedeckung Kopfbedeckung Wo haben wir denn hier Kopfbedeckung? Handschuh Kopfschutz Hier Das kostet zu viel Das kostet zu viel Kommt so Bullshit bei raus Egal Hier müsst ihr noch schön beim Schmied eindingenzen Blem Warte mal hier Einen schönen Ring haben wir hier noch Wart haben wir denn hier Intelligenz lohnt so viel Hüß Mein Ring Mein Schatz So jetzt haben wir die Blutsplitter Dann können wir das hier dicht machen Dann haben wir das erste Mal alleine was geschafft Alter Vater Okay Blutsplitter Schauen wir doch einmal was passiert Okay Habe ich auf jeden Fall nicht genug Wo haben wir denn die Blutsplitter? Da unten Drei Stück Hammer Also wir könnten schon drei große Tore auf jeden Fall machen Set komplett irgendwann Das wäre natürlich nice So Schließen wir das Tor Kriegen wir auch nochmal XP Ausgezeichnet Jetzt die Kohle natürlich total überflüssig Wir können irgendwann noch verzaubern und so weiter Keine Frage Aber das war es auch Okay Okay Dann ist es zu Machen wir das nächste Oh der zieht bei mir ein Geburtsrecht her Der böse böse Mensch du Was kostet mich jetzt an Damit Kinguin Ganz ehrlich Ich habe mich so gefreut Heute das Spiel zocken zu können Und dann Nein Wo habe ich den kleinen Schamanen oder so her Ist ja nice Mitten ins Herz Mitten ins Herz Hab ich ihn gestochen Da kommt er mir wieder aus dem Popo gekrochen Mitten ins Herz Und noch viel weiter Noch nicht bereit Braucht mehr Zeit Die Elien brut Voll der Freak Was da für Geräusche von sich gibt Oh da Ich brauche mehr Zeit Fläm Junge Ein echter Volltreiber Mutti Oder mit den Worten eines Liedes Immer Mitten in die Fresse rein Lowe Forrest Geistlauf Was ist denn das da unten Oh lol Das waren irgendwelche Liedenden Items oder sowas Keine Ahnung was das war Aber es war lustig Da Noch nicht bereit Blum 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 Okay Sackgasse Einmal im Kreis gelaufen Das beherrschen war auch gut ne Im Kreis laufen irgendwie Bei welchem ist es im Kreis Die haben ihr Ziel erreicht Oh mehr Zeit Hau mal weg den Scheiß Weg den Scheiß Hau mal weg den Scheiß Übrigens Kochniks Weißt du wie groß mein Update für LZW gewesen ist? Da warst du mit deinen 6 GB Noch gut dran Ich musste insgesamt 23 GB ein Update runterladen Da kannst du mal sehen Da Nichts Ebene Oh wow What the fuck alter Komm weg den Scheiß Komm weg den Scheiß Weg den Scheiß Komm weg den Scheiß Ich brauche mehr Zeit Okay da geht es nicht lang Noch nicht bereit Seid verflucht Seid verflucht Woah Da sind gelbe Gegner Hier Jawohl Da ist er ja Ich brauche mehr Zeit Flüffling flüffling Ich kehre in die Stadt zurück Okay Haben wir jetzt ein bisschen was bekommen Auch wenn es nicht viel ist Aber wir haben Portalsteine Portalsteine für Monsieur Großportal War doch irgendwie so ne Blutsplitter Warte wie viel Platz habe ich denn im Inventar Kein Banner Hallo Geil Dalla Geil Dalla Geil Dalla Hoiberg Ich bin Ich bin di